Vielen herzlichen Dank für diese wichtige Frage. Das ist wirklich eine Frage, die uns auch als Europäisches Parlament schon seit vielen Jahren beschäftigt. Das ist ein leidiges Thema, denn wir als Europäisches Parlament und insbesondere auch meine Fraktion sind dagegen, dass es weiter so gehandhabt wird wie bisher, dass es diesen ständigen Austausch zwischen Brüssel und Straßburg mit den Reisetätigkeiten, mit dem hohen organisatorischen Aufwand gibt. Allein die Umweltbelastung, aber eben auch die sogenannten Mehrkosten sind durch nichts zu rechtfertigen, auch weil praktisch der Hauptsitz des Europäischen Parlaments mit den Ausschusstagungen, die ja quasi zusätzlich zu den Plenartagungen, die Sie erwähnt haben, tagen, dass es in Brüssel stattfindet. Das heißt, es würde großen Sinn machen, sich auf den Sitz Brüssel als organisatorischen Sitz des Plenums zu konzentrieren. Das Europaparlament hat hier eine eindeutige Stellungnahme schon seit vielen Jahren, dass wir uns Brüssel als Hauptsitz erwünschen. Es ist nur nicht so einfach, denn die Sitzfrage ist in den europäischen Verträgen fest verankert und bedürfte der Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten, hier Änderungen oder Adaptionen vorzunehmen. Und hier ist es der Staat Frankreich, wo Straßburg eine der wichtigen Städte ist, dass das hier bisher noch nichts an Einverständnis gegeben hat. Aber wir sind dran. Wir versuchen es mit allen Mitteln. Aber es ist ein leidiges Thema. Und wir wissen auch von der hohen Symbolkraft, auch für die europäischen Bürger und Bürgerinnen, die das natürlich nicht verstehen, dass wir da quasi monatlich, wie Sie es richtig gesagt haben, hin und her pilgern mit hohem Aufwand. Und am Europaparlament liegt es nicht. Es ist auch eine historisch gewachsene Geschichte, auch natürlich mit der langen Rivalität Deutschland-Frankreich, Reichüberwindung des Zweiten Weltkriegs. Viele, also mehrere europäische Länder tun sich zusammen, um gemeinsam Politik zu machen. Da war es von Anfang an schwierig, Dinge in einem Land oder in einer Stadt zu konzentrieren. Das war klar, dass hier mehrere Länder auch verschiedene Sitze, auch von Agencies und Agenturen zum Beispiel haben müssen. Und das ist natürlich dann immer eine Sache des politischen Aushandlungsprozesses. Und ich denke aber, irgendwann wird der französische Staat schon einlenken, Klammer müssen, Klammer geschlossen.